Was muss eigentlich passieren, damit das Handwerk wieder attraktiver wird und was du für deine Firma da mitnehmen kannst? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen wieder zum Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch ein Start. Hallo! Und wir als ONM beschäftigen uns ja, oder haben ja die Mission, dass das Handwerk wieder sich lohnt, dass das Handwerk wieder attraktiver wird für Fachkräfte, für natürlich auch die Handwerker selbst, also die Inhaber der Betriebe selbst, natürlich auch für den Endkunden. Und wir haben uns auch überlegt, so die Politik versucht ja sehr viel, was das angeht. Und was sind eigentlich die Dinge, die wirklich passieren müssen, damit das Handwerk, vor allem für Fachkräfte, weil damit geht es eigentlich immer los, vor allem für Fachkräfte wieder attraktiver wird und damit natürlich auch die Inhaber danach nicht mehr so einen riesen Aufwand haben, selber immer auf die Baustelle zu müssen, weil sie genug Leute haben und die Kunden am Ende auch ihre Produkte möglichst schnell, möglichst zeitnah und fehlerfrei bekommen. Vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Also das ganze Thema Fachkräftemangel ist meiner Meinung nach oder auch unserer Meinung nach zum großen Teil auch politisch getrieben, beziehungsweise politisch erzeugt worden. Vor vielen Jahren wurde einmal oder wurde die PISA-Studie veröffentlicht und dann hat man richtig in der Politik gemerkt, wie die Bildungspolitik in die Richtung geschoben wurde. Weil Deutschland schlecht abgeschnitten. Genau, weil Deutschland hat schlecht abgeschnitten. Und daraus hat man dann quasi als Resultat gezogen, okay, Deutschland muss sozusagen ein Land der Studierenden werden. Alle müssen den akademischen Weg einschlagen und somit hat man die ganze Gesellschaft und auch eine ganze Generation sozusagen geprägt. Mach Abitur, geh danach einen akademischen Weg und das ist das Richtige für dich. Und somit haben wir halt diese Situation, dass das Handwerk immer und immer unattraktiver geworden ist, gerade für junge Leute und jeder sozusagen dahin tendiert, in ein Studium reinzugehen und in die akademische Laufbahn reinzugehen. So, das heißt, unserer Meinung nach, wie sollte man dem jetzt entgegenwirken? Ich glaube, es fängt stark halt an beim Thema Bildungspolitik, beziehungsweise wie auch in Schulen mit der Jugend, mit den jungen Leuten auch kommuniziert wird in der Hinsicht. Ja, es ist eine sehr große Intransparenz da gegenüber dem, was wirklich im Handwerk gemacht wird, wie wirklich die Arbeit aussieht. Während auf der anderen Seite, also gerade jetzt unsere Generation, ist halt eine Generation, die sehr stark zum Studium immer getrieben wurde. Dann war man halt irgendwie einmal im Jahr auf irgendeiner Hochschule in irgendeinem berufsweiterbildenden Tag und da wurden halt keine Handwerksverträge vorgestellt, da wurden halt Studiengänge vorgestellt. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass wenn man gerade in jungen Jahren, also so, ja, keine Ahnung, achte bis zehnte Klasse so in dem Bereich, beziehungsweise auch schon weiter vorher, wahrscheinlich schon fünfte Klasse bis achte Klasse so in dem Bereich, wenn man da den jungen Leuten wirklich zeigt, hey, so ist es in einem Handwerksbetrieb und auch wirklich coole Beispiele zeigt und dann den jungen Menschen ja auch zeigen kann, wie geil das Handwerk ist, wie viel Spaß das machen kann, dass die mal mit in Betriebe reinkommen können. Es gibt natürlich Pflichtpraktika, die ausgewählt werden müssen, aber auch da ist die Tendenz dann immer, da ist die Frage, okay, wählen die Leute dann wirklich das Handwerk, weil da ist ja dann dieselbe Tendenz. Das heißt, meiner Meinung nach müssten eigentlich regelmäßig Handwerksbetriebe irgendwie in Schulen kommen, von ihrer Arbeit berichten, vielleicht mit drei, vier Leuten vorbeikommen, einfach mal von der Arbeit berichten, vielleicht Videos auch mitbringen und zeigen, wie es auf einer Baustelle abläuft, vielleicht auch wirklich mal was mitbringen, wo man wirklich vor Ort mal irgendwas machen kann oder so. Ich würde es umdrehen sogar. Ich würde sagen, die Handwerksbetriebe sollen halt in die Schulen gehen und aber die Schüler sollen mit auf die Baustelle. Ich erinnere mich da noch sehr gut, wir hatten in der Schule so einmal alle sechs Monate so einen Ausflug, da ging es irgendwo hin und da ist man mal, keine Ahnung, zu einer Familie gegangen, die halt ganz viele Tiere zu Hause hatten und dann sind wir einmal irgendwie in so eine Uni gegangen und das war halt jedes Mal was anderes und an die Sachen erinnert man sich einfach. Und wenn die dann, die Schüler, also wenn wir in dem Moment vielleicht mal in eine Schreinerei gegangen wären, in einen Metallbaubetrieb, und dann gesehen, ach krass, das ist ja heftig, was die hier bauen, guck mal, was man da oben sieht, so die riesen Werkerzeugen, ich denke, boah, heftig, das ist ja super beeindruckend, was die da machen. Da gibt es mit Sicherheit aus jeder Klasse 10, 15 Prozent, die da... Die dann sagen, krass, das will ich machen, da habe ich Bock drauf. Und wenn sie dann vielleicht nicht zu dem Betrieb gehen, aber sie bleiben wenigstens oder sie gehen wenigstens ins Handwerk und das ist ja das, was wir wollen. Das ist zumindest eine Option bei denen im Kopf, die fest verankert ist, hey, sowas will ich später auch machen. Und es geht doch nicht darum, dass jeder ins Handwerk gehen soll, das ist ja auch nicht Ziel für uns, es muss ja einen guten Mix geben, nur aktuell ist halt wirklich so, dass nur eine Seite der Medaille überhaupt vorgestellt wird. Ja, ich finde, es ist einfach ein Image-Problem. Es gibt zu wenig, ähm, zu wenig, also, es gibt zu wenig Bekanntheit über die Handwerksberufe. Das heißt, man müsste die Handwerksberufe insgesamt bekannter machen. Dann gibt es zu wenig wirklich Hands-on, dass die, ja, dass die jüngeren Leute auch wirklich das erleben können. Wie fühlt sich das an? Was ist da für eine Stimmung? Könnte das was für mich sein? Ähm, das heißt, Bekanntheit, dann, ähm, wirklich Hands-on und das Thema gesellschaftliche Anerkennung auch. Äh, wir müssen es irgendwie als Gesellschaft schaffen, dass das Handwerk nicht mehr diesen Ruf hat, okay, ähm, oder dass es generell nicht mehr den Ruf hat, okay, ähm, du musst studieren, damit was aus dir wird, so, sondern eigentlich auch andersrum, ja. Wenn du Handwerker bist, muss man sagen, ey, geiler Typ, äh, geiles Mädel, weil, ähm, du leistest richtig was für die deutsche Gesellschaft. Du, ähm, ja, du errichtest was mit deinen, ähm, ja, mit deinen Händen, du erschaffst wirklich was, du leistest richtig was für die Gesellschaft und das muss wieder, so ein geiles Image muss wieder rüberkommen. Ja, nicht, du bist jetzt der, ähm, der, der coole Typ, weil du hast jetzt ein Studium abgeschlossen, sondern, also beides halt, ne, also, aber nicht so einseitig, meiner Meinung nach, ist das ja die letzten Jahre, äh, vielleicht sogar Jahrzehnte viel zu einseitig gewesen und es muss wieder mindestens ausgeglichen sein, ähm, dass es da wieder mehr gesellschaftliche Anerkennung dafür gibt. Ja, und, äh, wir sind ja immer Fans von Proaktivität und viele Handwerker lehnen sich halt so ein bisschen zurück und sagen, ja, die Politik ist ja schuld. Ja. Ja, mag sein, dass die Politik schuld ist, aber wir können was dagegen tun und wenn jetzt jeder Handwerkspartner einfach mal bei den zwei, drei Schulen in seiner Umgebung mal anfragt, sagt, hey, wir würden gerne einfach mal eure Schulklasse einladen zu uns vor Ort, ja, da geht ein halber Arbeitstag mal drauf für eure Jungs, ist mir ja klar, das kostet Geld, wobei so viel ist es dann wahrscheinlich auch nicht, weil die sind zwar kurz abgelenkt, die Leute, die da arbeiten, aber auch für die Leute, die da arbeiten, ist eine geile Wertschätzung. Ja, das einmal im Jahr kommt da eine Schulklasse vorbei, das ist was Cooles, das macht Spaß, das kann man Social Media wirksam auch filmen, da kann man am Ende dann auch den Leuten vielleicht noch eine Visitenkarte mitgeben, hey, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch, ich meine, 8. Klasse, wenn sie nach der 9. dann abbrechen, dann können sie trotzdem eine Ausbildung machen. Ja. Warum nicht? Ja, und das ist auch, das ist auch Gold wert, das spricht sich rum in der Region, in der Stadt, ähm, die Kinder erzählen davon. Ja, erzählen vielleicht einen großen Bruder davon, der gerade noch eine Ausbildung sucht. Genau. Also macht das, wirklich macht das, riesen, riesen Appell an jeden Handwerksbetrieb, macht mit zwei, drei Schulen Kontakt, guckt, dass einmal im Jahr von jeder Schule mal eine Schulklasse, vielleicht sogar zwei oder drei Schulkassen mal vorbeikommt, vielleicht auch einmal im Monat eine Schulklasse vorbeikommt. Das wird sich auf euer Betriebsklima extrem positiv auswirken, das wird viel besser das zeigen, was gemacht wird. Die Leute bei euch werden viel mehr Wertschätzung von den Kindern, Handwerks, wie auch immer dann bekommt. Und ihr werdet auch, den Kids, ihr werdet dann auch mehr Azubis gewinnen in Zukunft dadurch. Es geht wirklich immer bei den Handwerksbetrieben los, wir können nicht auf die Politik warten, die wird es tendenziell nicht regeln für uns. Wir sollten es einfach selber machen, selber angreifen. Und wenn dann die Politik sieht, oh, das sind ja gute Ideen, dann übernehmen wir uns was von super, freuen wir uns. Aber wir machen es erstmal auch, wenn wir dies nicht machen. Ja, wir hoffen, da ist was dabei gewesen. Setz das um, dann haben wir alle viel mehr Spaß in Zukunft im Handwerk. Und ja, lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass sich das Handwerk wirklich wieder lohnt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, damit du nichts verpasst. Daumen nach oben geben natürlich, Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.